Servus Kameraden, willkommen zurück zu WUTLive. Ich bin Keule, wir fahren Leobard. Stufe 5 Aufklärer der Deutschen. Bisschen langsam die Kiste mit 60 kmh. Gute Kanone, aber nah Kampf. 95 Durchschlag, 30 Schaden bei 30 mm. Lädt lange nach, 16,4 Sekunden, aber dann tut es richtig weh, wenn dir alles rausfällt. Bisschen. Hat nur 3 Grad Kanteböschen. 3,2 Grad. Das ist handnährend nichts, wenn man so will. Auf der Seite. Ah, jetzt 10 Grad runter. Schön. So, zwei Artis im Pilger-Team. Und auch im eigenen. Ich bin nur einer von zwei Aufklärern. Ich hoffe, dass irgendjemand mit auf meine Seite fährt. Das ist ja nicht so alleine rum, Kiekse. Schau, schau, schau. T67. Schau, schau, schau. Jagdpanda. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Feuer erlaubt, dass erteilt. Fahr mal hier so lang. Entschuldigung. Danke. Hat die nun vielleicht Zeit? Neben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Dann hab ich erschossen. Warum hab ich das getan? Weil ich einen Mörder bitten. Dann wird das jetzt eine Mörderrunde. Oh, wie böse von mir. Das macht man doch nicht. Schalalala. So, trauen wir uns da drüber? Nee, der macht mich da am X12T kalt. Du wirst hier schön aufpassen, dass keiner den Berg klaut. Ich werd hier hinten langfahren. Was haben wir denn noch so dabei? 6 zu 1 steht's. Recht gute Runde bisher. Tiger schießt zweimal neben. Hauptsache Yolo reinfahren. Das kann sie wohl nicht sein. 6 zu 2. 7 zu 2. Nee, fahren wir hinten hoch. Ist mir wurscht. Da steht der Panzer in 10. Der nächste 7er. dass der Frise ausgaben ist. Wir wollen noch die Waldfee. Hat er noch 10 aufgeklärt? Naja, da kommen wir natürlich nicht hoch. Jetzt hätten wir über den ein bisschen Schaden errichten können. Ah, ganz wenig nur. Aber wir haben ihn geärgert. Und es steht 8 zu 3. Schade. Ich bin noch ein bisschen näher gekommen. Jetzt können wir auf Angriff gehen. Wir sind hier alleine. Das heißt der VK-30 wird gleich unser Opfer bzw. wir werden deren Opfer. Da drüben steht er. Warum haben wir jetzt so eine Holping? Das ist absolut unnötig. Feuererlaubnis erteilt. Echt jetzt? Wirkungstreffer. Ich sehe sie nicht mehr. Natürlich nicht. Hat sich auch versteckt. Kleiner Sack. Mit einem Schuss nimmt er mich nicht raus, oder? Nicht mal mit HE. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was brauchen wir denn? Wir brauchen das ja nochmal. Hätte ich gar nicht reparieren müssen. Der Wolverine, denke ich mal, wird nicht mehr in meine Nähe kommen. 7.598, 1150 Schaden. Und 923 gespottet Schaden. Das ist okay. Für so einen lahmen Aufklärer. Schade. Ist nicht so schlecht gelaufen. Mal sehen, was es dafür gibt. Vielleicht einen 1er. Dann kriegt ihr heute noch das geile Video. Wie schön. Schauen wir mal. Hey, ein Master. Wer hat dir das gedacht? Hihi. Sehr fein. Ohrlich-Medaille. Zerstören sie mit einem leichten Panzer. Mindestens zwei klinische Panzer. Oder Jagdpanzer in einem Gefecht. Hab ich gemacht. Sprengmeister. Hihi. Master. Jawoll. Bogusfeuer Duelland. Ausführlicher Bericht. 48.000 plus. Alter Schwede. Und 4.398. Leute, das Video kriegt ihr. Ob ihr wollt oder nicht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr lasst ein Like da. Ihr lasst ein Abo da. Und bis dahin bleibe ich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.